Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sonic Frontiers. Wir haben gestern den allerersten Modulschlüssel gefunden, beziehungsweise die ersten Modulschlüssel, so eher. Ähm, oi oi oi. Okay. Was hab ich denn jetzt hier? What for a shell is this? Was hab ich gemacht? Keine Ahnung. Gib mir lieber Items, statt wieder so Sachen, wo ich draufstehen muss. Wie fühlt mich das hin? Okay, ui. Hier hoch und dann. Okay. Ha, okay. So. Komm, hoch mit dir, sehr gut. Uiuiui. Aha. Noch was? Wo fühlt mich das Ganze denn hier bitte hin? Ha. Wo komm ich am Ende raus? Das ist die große Frage. Ach, toll. Zeig mal die Map. Ich bin ja... Ach, scheiße, wo bin ich? Gar, gar überhaupt nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Dann geh mal wieder zurück da. Muss jetzt nicht zwingend gegen das Ding da kämpfen. Okay. Muss nicht sein. Ja, okay. Runter. Wo komm ich jetzt hin? Ah, okay. Was machst du da? Bist du beim Kaputtgehen? Bist du defekt? Sonic. Ha. Weil da hinten ist er, glaube ich, eine weitere Herausforderung. Ich denke mal eins der Hauptziele ist halt sicher mal, die Map so gut wie möglich, äh, freizuschalten. Aber wenn ich die ganze Zeit solche Sachen mache, dann wird das auch nix. Uh, Gegner, sehr gut. Ja, ja, komm schon. Warum? Ey. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber okay. Wie ist es okay. Ja. Okay, mit dem Zeug da. Schön. So, ich muss auf die andere Seite kommen, das, äh... Ja. Schwierig, ne? Den ganzen Weg drumherum gehen da. Geil. Was ist das hier? Ah. Ja, 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 okay. Hier waren wir ja ganz am Anfang vom Part. Was ist das? Holy shit. Wo fliege ich jetzt schon wieder hin? Wo bringt mich das Ding hin? Alter, das ist ja... Ein riesiges Konstrukt. Ei, 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 ei. Ist das geil. Geh, hoch da. Lol. Ah, kurz verpackt, der Kollege. Wo führt mich das Ding denn überhaupt hin? Okay. Ja, noch weiter hoch. Ja, okay. Sehr gut. Dann hier, so. Wunderbare Sache. Wo führt mich das Ding hin? Tell me. Alter. Oh je, oh je. Ich glaube, da werde ich dann hier irgendwo hin müssen für eine Quest. Beziehungsweise für ein Progress in der Hauptstory. Ist jetzt mal so meine Tendenz. Hoch mit dir. Okay. So. Uh, gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Nochmal hoch, ja. Gut, machst du das. Alter. Wie lange geht das denn noch? Bis ich hier komplett 20 Schlüssel brauche ich und ich habe 5. Ja, das ist tatsächlich für die Hauptquest. Ja, benötigt noch 66 von den Dingern. Wow. Aber ist gut, haben wir das auch schon mal gemacht jetzt. Dann hat es hier noch ein paar Kokos. Das ist dann wahrscheinlich eher so das Finale von dem, äh, von dem Gebiet. Oh shit. Oh, guck mal. Gehen wir da runter? Ja. Perfekt. Ja. Nimm das mit, das Zeug. Scheiße. Ich hätte fast wieder voll gehabt. Naja. Hiiii. Eieieiei. Habe jetzt aber Glück gehabt. Ja. Perfekt. Und dann ist er aber eigentlich, glaube ich, fast da, wo ich sein wollte. Tatsächlich. Da wollte ich ja sowieso hin. Ne, wir sind überhaupt nicht da. Scheiße. Jetzt bin ich am... Fuck me. Ich bin am genau gleichen Ort wie vorhin. Wie vor 3-4 Minuten. Und wieder so ein blöder Vogel. Lass mich mal in Ruhe hier. Na komm, Sonic. Kommt nicht viel raus, ha? Na, komm schon. Müsst du reichen, oder? Ja. Perfekto. Dann. Äh. Guck mal da. Ah shit. Ne, ja, ja, ja. Ich habe es schon gemerkt. Komm schon. Oh shit. Okay. Hoppala. Shit. Ja. So. Und jetzt sind sie kaputt. Gut. Der auch. Ja gut. Ich will nur die EP. Auch gut. Wo führt mich das hin? Ne, wieder hier hoch. Ach, weck mich doch. Wobei, das ist gut. Weil hier kann ich wenigstens was Sinnvolles mitnehmen. So. Uh, da liegen noch EP. Also EP, Skillpunkte. So. Jetzt habe ich schon wieder 16. Wo gehst denn du jetzt schon wieder hin? Ne, 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 ne. Machen wir nicht. Ich will jetzt da zu der Herausforderung gehen. Ganz einfach. Ich will einfach da hingehen und mein Zeugs machen. Was ich mir vorgenommen habe. Und vielleicht die ein oder andere Belohnung mitnehmen. Ja. Ja gut. Der erste kaputt. Hoppala. Der war keine Ringe verloren, oder? Ne. Das können wir easy machen. Und da ist er kaputt. Was gibt's hier? Ja, okay. Nix. Uh, ein Coco. Schön. Dann können wir ja weiter. Oh, shit. Noch mehr. Sehr gut. Komm, mach mal so. Und dann den hier. Ja, okay. Der hat jetzt nicht mehr so viele HP gehabt. Sehr gut. Schöne. Sehr schön, Sonic. Das war gut. Schöne Kombos. Was haben wir da? Da ist auch ein Coco. Sogar zwei Coco sind da. Komm hier aber nicht hoch richtig. Ähm. Na komm. Ja. Geht doch. Was ist das da? Wo fühlt mich das? Ah. Nein, nein, nein. Wieder zurück. Wieder zur Herausforderung. Ha. Machen wir den kaputt. Sehr gut. Hier kannst du auch das Zeug mitnehmen und dann sind wir da. Da muss ich wohl ausweichen. Genau. Zehnmal. Das ist ja einfach. Äh. Easy. Ah, mass. Ja. Oh, da ist die nächste Herausforderung freigeschaltet worden. Beziehungsweise offengelegt. Dann markiert es mal. Das ist, äh, wo? Da hinten. Dann gehen wir doch direkt dahin, würde ich behaupten. So, dann kannst du mal hier rauf gehen. Vielleicht ist, äh. Macht das ja Sinn. Oder bringt mich ein bisschen näher ans Ziel. Und. Oder sonst irgendwo hin. Ja. Ja, guck mal, da unten. Ist es doch. Oh, 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 oh. Fast wäre ich da wieder ran gesprungen. Man, nee, nee, machen wir nicht. Da oben ist es. Okay. Dann, äh. Mal so. Ah, nee, es ist da hinten. Äh, was muss ich machen? Ah, nicht getroffen werden. Seilspringen. Okay. Ah. Oh, oh. Sehr cool. Ja, ein bisschen den Angriff pushen. Äh, ist aber keine Herausforderung, habe ich freigemacht, oder? Kann das sein? Nee, geh mal da hin, bitte. Was ist das? Okay. Oh. Hoch da. Okay. Dieses blöde Sammle-Mehr-Modul-Schlüssel. Ihr habt doch... Wie viel brauche ich denn noch? Perfekt. Ich brauche halt Herausforderungen. Ich muss die Map freimachen, damit ich, äh... Damit ich Portale finde. Wobei, da wäre noch eins. Komm, da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Ist kaputt? Ja. Sehr gut. Hierher mit der Belohnung. Und den da noch. Easy going. Ich habe Kokos gehört. Habe ich das richtig gehört? Ja, guck mal, da oben ist ja einer. Hey. Hallo. Sehr schön. Okay. Dann kannst du wieder zurückgehen. Wo auch immer mich das hinführt. Sehr schön. Ja. Oh boy. Was haben wir hier? Okay. Ja. Was ist das? Oder für was ist das? Keine Ahnung. Hoppala. Oh. Ähm. What? Wo führt mich das Ding denn... Scheiße. Hin. Okay. Jetzt wird es aber langsamer noch tricky auf den Sachen zum Rumsliden, ha? Super. Na ja, gehen wir mal da zum... Zum Portal. Was ist das denn? Was ist denn für eine abgefuckte Space-Scheiße? Holy shit. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg noch... Ne, ich denke nicht, dass wir eine Herausforderung finden werden, oder? Ne. Kann ich zudem da schnell reisen? Neben Story, ältester Coco, Einsiedler... Äh... Herausforderung sehe ich gerade so keine mehr. Okay. Äh... Ne, ich hab nix für die Schnellreise. Okay. Das ist, äh... Schade. Was ist los? Okay. Weg da. Und der da auch. Wunderbare Sache. Alles mitnehmen. Oh, komm mal. Noch mehr Kokos. Sehr schön. Hoch da. Oh, hoppala. Fast noch verdrückt, oder irgend so. Oder verklickt. Komm, gib mir endlich die 20. Stufe da. Komm. Ah. Er ist wieder aufgeladen. Okay. Sehr gut. Muss ich nur noch da hochkommen, irgendwie. Das ist, denke ich mal... Äh... So. Gut. Komm. Halt die fest. Ja. Da landen wir doch direkt vorm Portal. Ideal. Okay. Dann machen wir das doch, äh... Morgen. Bedanke ich mich für den Zuschauer und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Ja. Äh... Vielen Dank.